Ich bin Sailor Moon German und ich bin Sailor W. German und im Namen des Mondes informieren wir euch. Hey Moonies, wir sind hier live vor Ort auf der Konichi 2016. Ja, das Sailor Legend neigt sich langsam dem Ende zu. Es war generell eine sehr tolle Convention, es hat uns wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ja, das Convention nähert sich jetzt auch dem Ende zu. Wir hatten dieses Jahr voll viel zu tun gehabt, auch die letzten Jahre. Sailor Moon German feiert jetzt das siebenjährige Jubiläum und wir möchten natürlich auch weitermachen. Aber so wie ihr es natürlich kennt, verändert sich vieles. Sailor Moon German wurde gegründet an meinem 18. Geburtstag als Schüler. Dann habe ich es als Student weitergeführt als arbeitender Mann. Der geht viel Zeit drauf, wird natürlich für das Projekt. Und es ist nicht nur bei mir so, es ist bei vielen anderen Mitgliedern so. Und dadurch, dass wir das natürlich auch alles in unserer Freizeit machen und vor allem ehrenamtlich, passiert halt sehr, sehr vieles im Leben eines Menschen. Und wir wollen auf jeden Fall weitermachen. Wie es 2017 weitergehen wird, wissen wir alle noch nicht, nicht nur wir. Das entscheidet sich immer auf Silvester. Ja, aber nicht nur bei mir passiert viel, sondern auch bei dir gerade im Privatleben, oder? So sieht es aus. Also ich bin, ich habe ein unglaubliches Jahr gehabt, um euch das jetzt mal einfach so zu sagen. Ich durfte im März durch Deutschland vertreten, war im Haneda Anime Music Festival in Tokio. Und danach hat sich unglaublich viel bei mir verändert. Ich bin jetzt mit einem Plattenvertrag in Japan unterwegs und bringe im September meine vierte CD auf den Markt in Japan. Ich habe wirklich viel zu tun aktuell. Ein Studium musst du auch noch nebenbei machen? Ganz genau. Jetzt habe ich gerade mein Masterstudium angefangen und ihr merkt schon, worauf ich hinaus möchte. Es hat sich unglaublich viel bewegt bei mir und ich muss vorangehen in meinem Leben. Ich habe schweren Herzen, ich habe es mir echt nicht leicht gemacht, im Sommer überlegt, was ich alles verändern muss in meinem Leben. Ich bin zu der Entscheidung gekommen, dass ich die Rolle Sailor Moon German Ende dieses Jahres abgebe und in den Hintergrund trete. Ich bleibe trotzdem natürlich noch Sailor Moon German passiver Supporter. Aber ich werde erstmal so schnell nicht mehr in diesem Kostüm zu sehen sein. Was ich traurig finde, denn es ist mir sehr, sehr ans Herz gewachsen. Es ist ein unglaublich schwieriger Schritt für mich. Ich bin seit 2012 Sailor Moon German. Das hat angefangen als eine reine Flyer-Aktion, wo ich einfach nur diese Ronne quasi verkörpert habe, um Flyer zu verteilen. Und den Leuten mit, hey, kommst du Sailor Moon German auf die Nerven zu gehen. Damit hat es wirklich angefangen. Ja, es hat hier angefangen damit. Damals hat es mich gefragt, ob ich das gerne machen möchte. Und ich war damals noch so jung und ich habe gesagt, klar, ich wusste nicht, was auf mich zukommt. Und 2015 war dann so dieses unglaubliche Jahr, wo wir eine CD auf den Markt gebracht haben. Wo wir durch ganz Deutschland getourt sind mit Konzerten. Wo wir so viel angefangen haben mit Sailor Moon und was jetzt alles ins Rollen gekommen ist. Und trotzdem ist es für mich jetzt Zeit zu sagen, es war eine unglaublich tolle Zeit. Es war eine spannende Zeit. Aber ohne mich leider. Ja, das soll aber nicht heißen, wie gesagt, man ist nicht aus der Welt Sailor Moon und bleibst trotzdem im Herzen. Ja, es war eine spannende Zeit. Und wie gesagt, es geht voran. Du bleibst natürlich immer in unserem Herzen. Wir wollen jetzt auch nicht, nur weil du das Kostüm jetzt ablegst, jemand anders reinstecken. Außer vielleicht nicht. Nicht unbedingt. Nee, nee, Spaß. Ihr merkt, ihr nehmt es echt mit Humor. Denn wir haben lange darüber geredet. Und es ist nicht so, dass wir uns jetzt auch zerstritten haben oder etc. Aber irgendwo ist man auch Freunde. Und man will die Freunde natürlich auch das Bestmögliche haben. Und deswegen muss man auch Freunde ziehen lassen. Ich fand es halt unglaublich schön, als ich dir das gesagt habe im Skype-Gespräch. Also ich habe dich wirklich schlucken wollen am Ende der Leitung. Und dann war mein erster Satz, es tut mir zwar weh, aber an allererster Stelle sind wir Freunde. Und deswegen tust du meinen Schritt nachvollziehen. Eigentlich möchte ich das auch dem gesamten SMG-Team genau so sagen. Denn ihr seid meine Freunde. Wir haben zusammen so viel durchlitten, so viel gemacht und so viel eingesetzt für diese wunderbare Community. Und ich war in meinem Leben einfach noch nie in einem Kreis von so vielen Menschen, die mit so viel Herzblut dabei sind. Ich kann nur immer wiederholen, es tut mir weh, diesen Schritt zu gehen. Aber es muss sein. Es muss sein. Ich habe meine Sailor Moon Band, die sich auch durch Sailor Moon German gegründet hat. Die Harmonics, mit denen bin ich noch unterwegs im Namen des Mondes. Und ich selber werde natürlich mit meinem Solo-Projekt Desi auch viel zu tun haben. Und es wäre ungerecht Sailor Moon German gegenüber dann trotzdem versuchen, alles zu geben, wenn man es nicht kann. Und ich bin jemand, ich möchte 100% geben für die Sachen, die ich liebe. Und wenn ich es nicht könnte, würde es mir das Herz zerbrechen. Und das möchte ich nicht. Deswegen ist es der bessere Schritt zu sagen, ich kann diese Rolle nicht mehr ausleben. Aber ich möchte trotzdem als Support im Hintergrund allieren. Hörst du auch immer. Hörst du auch nochmal. Und sollte der Moment kommen, wo ihr irgendwann nochmal ein Event habt oder sowas. Einmal SMG, immer SMG. Und mich braucht, dann bin ich auch zur Stelle. Ja, einmal SMG, immer SMG. Und du kennst mich, ich nerv. Einmal SMG, immer SMG. So sieht es alles aus. Ne, also wie gesagt, ich sehe das jetzt nicht so als ein ewiges Salonara an. Denn wir sind da, du bist da. Man wird sich, glaube ich, auch so auf der Korn sehen. Teil ohne diesen deutschen Kostüm. Aber ja, mit Harmonie bist du noch dabei. Ohne natürlich als Daisy. Und wenn alles super läuft, dann vielleicht auch in Japan ein ganz großes Star. Harte für Arbeiten. Ja, aber du hast einen Traum und einen Volkswilfsrat. Und das ist cool. Aber immer im Namen des Mondes. Im Namen des Mondes. Denn damit hat es angefangen. Ja. Ich verdanke Sailor Moon German unglaublich viel. Also wenn ich an 2012 zurückdenke, da war ich noch jemand, der hat sich nicht unbedingt gerne auf eine Bühne gestellt. Ich habe schon gar nicht alleine. Ja. Und jetzt bin ich... Aber weißt du, es ist ja nicht nur Sailor Moon German, die das geschafft haben, sondern auch die Fans. Ja. Also die ganzen Sailor Moon und ihr da draußen. Nicht nur für die E-Serie, auch für uns für alles. Ohne Fans würden wir auch nicht unterliegen. Mal ganz ehrlich gesagt. Ja, stimmt. Sailor Moon German bezeichnet für mich... Also zum einen die Leute, die hier bei dem Projekt arbeiten. Aber das ist eigentlich die ganze deutsche Fan-Community. Ja. Also wenn ich sage Sailor Moon German, dann meine ich damit alle, die da irgendwie dahinter stehen. Denn jeder kann Sailor Moon German sein. Das stimmt. Von den Supporter von Crowdfunding, über die Leute, die uns abonniert haben, die da sind und die Mitglieder selber. Also wir sind die Community, ihr seid auch die Community und... Ja. Einmal Fan, immer Fan. Oder? Ich würde sagen, man braucht kein Sailor Moon German Kostüm, um Sailor Moon German zu sein. Da hast du recht. Vollkommen recht. Ich bedanke mich nochmal ganz herzlich. Du hast mich nicht meine gleich. Nee, komm. Wie gesagt... Nein, das muss wehtun. Sonst wäre es nicht richtig. Sonst wäre es nicht so schön gewesen. Aber wie gesagt, wir sind ja noch da. Ich habe eins gelernt in meinem Leben. Nur weil ein Projekt endet, heißt es nicht, dass Freundschaften oder Beziehungen daran zerbrechen. Es liegt an einem selber. Und solange du sagst, hey, ich bin noch Supporter, hey, wir sehen uns noch an und grüßen uns noch, weißt du. Oder wir sind ja noch Freunde in erster Stelle. Von daher ist das immer Nummer eins. Und deswegen kann ich sagen, sehe ich das nicht so als Ausstieg. Du bist nicht weg. Ich weiß, hey, dieses wird ja immer noch, weißt du. Ich weiß, ich bin ja nicht vom Erdboden verschluckt. Aber es ist trotzdem, jetzt war eine schöne Zeit. Das sind viele Gefühle und das alles uns loszulassen. Tut gut. Aber du weißt, die Tür ist ja immer offen. Und deswegen holen wir auch keinen anderen rein. Versprochen. Was ist denn dein legendärer Moment? Ich bezeichne den Moment nicht als Augenblick. Deswegen ist für mich der schönste Moment auf jeder einzelnen Bühne, auf der wir aufgetreten sind. Am Ende sagt das Zorrowort anzustimmen und zu sehen, wie sich ein gigantisches Lächeln in jedem Gesicht vom Publikum ausbreitet. Die Leute aufspringen, das mitsingen und du einfach merkst, verdammt Sailor Moon, das ist echt in unseren Herzen manifestiert wie keine andere Serie. Und wir sind nicht Pokémon-German, Digimon-German, wir sind Sailor Moon German. Und ich finde das einfach was ganz Besonderes. Ich habe nichts gegen andere Projekte, by the way. Aber Sailor Moon German ist, ist sehr, 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 wenn das Wort wird Sailor Moon German, ist einfach... Das ist das richtige Wort. Speziell. Ja, speziell klingt ein bisschen negativ. Einzigartig. Ja, für mich auf jeden Fall. Und... Das ist meine Gelegenheit nochmal Danke zu sagen. Ihr habt mich gefragt und... Ich war so schlau ja zu sagen und... Wir haben ja keine Ahnung, wie das wird, ne? Wir wussten selber nicht. Ich habe gedacht, worüber bin ich da reingeraten am Anfang? Und jetzt stehe ich hier und ich will eigentlich nicht gehen, aber... Ich muss gehen. Und... Es ist hart, aber... Vielleicht nochmal ein Wort an alle euch da draußen. Danke für viele Momente, für viele unglaublich liebe Worte, Menschen, die auf mich zubekommen sind, mich umarmt haben, mich getröstet haben, wenn mal irgendwas nicht funktioniert hat. Denn ich bin auch nur ein Mensch, ich stecke in diesem Kostüm drin und eigentlich ist meine Aufgabe auf einer Convention immer gut gelaunt zu sein und eine Sailor Moon zu verkörpern. Aber viele von euch sind einfach an den Stand gekommen und haben mich als das gesehen, was ich bin, nämlich einfach als die Daisy, die ich bin und haben mich so genommen, wie ich bin. Und ihr kennt die Welt da draußen. Es kann sehr dunkel sein manchmal. Es kann manchmal von sehr viel Hass erfüllt sein, von sehr viel bösen Kommentaren. Und die Menschen, die mir liebe Worte geschenkt haben, Kraft und Licht, danke. Einfach danke. Es hat unglaublich gut getan und ihr habt mich verändert. Ohne euch würde ich jetzt nicht viel stehen, würde es nicht so unglaublich wehtun, von etwas Abschied zu nehmen, was ihr mitgeprägt habt. Danke dafür. Egal, wo wir sein möchten. Wir sagen auch Danke und ich würde uns noch um eine Sache bitten, noch einmal deinen Ketschspruch zu sagen. Dann geh ich aus dem Bild und deinen Ketschspruch bitte. Ihr Lieben, ich bin Sailor Moon German und im Namen des Mondes informieren wir euch. Tschüss.